Hallo, schaut mal, da kommt ein Gleitflieger, ist das nicht herrlich? Guck mal, zwei Personen hängen da ran und die landen dann hier am Strand. Der kommt sicherlich, ich muss mal, ich schau mal um die Ecke, nee, der andere ist noch in der Luft. Jetzt hätte ich euch den noch gezeigt. Guck mal, vielleicht, ich glaube, er kommt. Das nehme ich euch auch noch auf. Dann seid ihr live dabei beim Landeflug. So, wo ist er? Wo ist er denn? Warte, warte. Jetzt habe ich ihn, ne? Ich glaube, der kommt gleich hier runter und landet auch wieder am Strand. Na, wo bist du? Nee, er ist nach oben. Dann mache ich nochmal einen Schwenker aufs Wasser. Guckt mal, wenn ich da so den Baum mit einfange, das sieht doch aus wie in der Karibik, oder nicht? Da, da ist ein Hubschrauber unterwegs. Und hier sind die Herrschaften dabei, wie sie ihre Gleitschirme wieder einpacken. Schade, ich bin zu spät gekommen. Hier sind einige gelandet. Hätte ich euch gerne gezeigt. Und dann gucke ich mal, wo ist denn, da kommt doch einer. Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Schaut mal. Oh, klasse Mensch. Da freue ich mich. Könnt ihr das sehen? Jetzt ist er gelandet. Und da oben ist noch einer. Kommt der auch runter. Ich muss immer gucken, dass ich, habe ich euch schon so oft erzählt, ne? Dass ich mit meinem Handy irgendwie ein bisschen im Schatten bin. Weil mein Handy auch, mein Display defekt ist und ganz sonnenempfindlich ist. Sobald ich in der Sonne irgendwie das Display halte, dann geht das Handy aus. Na, der will nicht runterkommen, oder? Mal gucken, ob ich euch noch zeigen kann. Nee. Aber ich kann euch in der Zwischenzeit hier zeigen, guckt mal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Bis man den gefaltet hat. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer sowas ist, aber ganz billig gehe ich mal davon aus, ist das nicht. Aber wer Spaß daran hat, ich glaube hier vorne, wo die Surfer-Geschäfte sind, ich glaube, da kann man solche Sachen aufwenden. Solche Flüge. Guck mal, die Leutchen, die wissen alle hier. Genießen das schöne Wetter und schauen aufs Wasser. Herrlich, ne? So, ich guck noch mal, was macht der Flieger da oben? Wo ist er, wo ist er? Na, komm, 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 komm runter. Nee, da tut sich nicht viel, aber... Ich bin bereit mit der Kamera. Wenn er runterkommen möchte. So, jetzt nehme ich ihn mal... Versuche ich ihn mal einzufangen. Könnt ihr ihn sehen? Ja, ne? Ja, ne? Na, komm, runter. Ja, er dreht, er dreht. Und jetzt, passt auf, guckt euch das an. Jetzt, ach so, nee, doch nicht. Er kommt nicht runter. Er macht noch eine Runde. Er macht noch eine Runde. So, ich musste mal Platz machen. Der Lkw-Fahrer, wo ich stand, den Schatten habe ich in Anspruch genommen. Bin ich jetzt mal ein Stück zur Seite, aber ich sehe ihn auch nicht mehr. Den Gleitflieger. Aber ich nehme euch an der Zeit. Jetzt kommt er wieder. Wo ist er denn? Ich muss ja mal eine Sonnenbrille aufsetzen. So, schön. Ach, da hinten hat er sich versteckt. Guck mal. Da ist er. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich ihn. Herrlich. Oh, ist das schön. Guck mal. Jetzt habe ich ihn genau für euch aufgenommen. Herrlich, ne? Da ist der Gleitschirm. So, das war's. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Grazie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Amen.